und damit herzlich willkommen zurück zu mario bros 2 hatten wir glaube ich letztes mal mario gehabt wenn ich es nicht richtig im kopf habe das wird wieder lustig weil jetzt geht es wieder weiter mit luigi gucken wir mal ob ich das hinkriege welt 5 ich glaube die habe ich mal die habe ich kurz mal privat ausprobiert die ist mit luigi gar nicht so verkehrt glaube ich nicht richtig im kopf sagte er und er hat nichts gesehen wenn man an der stelle vorbeikommen würde war sie gar nicht so schwer mit luigi genau das wollte ich nur so ein bisschen mit ruhe an die sache rangehen und sollte das eigentlich auch kein problem sein ne das ist das natürlich nicht das will ich so nicht aber ich glaube hier ist glaube ich weiß gar nicht wo hier das ding ist ich muss mir ein paar münzen sammeln ich glaube der pilz ist mir gerade egal weil ich muss mir münzen sammeln damit ich mir leben fahren kann ich brauche dringend wieder leben oder kontinu ist besser gesagt weil das ist eher ganz 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 schwierig die stelle hier ist mit luigi gar nicht so so scheiße weil da kannst du nämlich gut aber übrigens neben gut da ist der pilz aber ich habe auch gerade glaube ich gerade leben bekommen also von daher aber trotzdem muss ich halt irgendwie auch leben fahren weil sonst komme ich ja nicht aber nicht wirklich voran das ist ja auch kacke wenn ich wenn ich ständig hier spulen muss weil ich sonst von vorne machen muss das ist ja dann auch nicht unbedingt sind der sache finde ich warte ich muss da mal zurück weil ich muss nämlich oben lang warte mal jetzt habe ich jetzt muss ich aber überlegen welche seite das war glaube ich oder mal ich muss ich mich verkehrt rumdenken ich glaube die seite war es halt nicht alles kaputt machen sondern sicher sonst habe ich nachher keine münzen ach ich hab's geahnt es war doch die andere seite mit damit wo la bra ich gucken ob hier noch irgendwas ist hallo bürdo er hat mich beim privaten spiel ein bisschen geärgert muss ich mal sagen na na bitte ich bin klein extra leben habe ich übrigens übrigens ist es glaube ich egal ob man was man hier was man hier kriegt sobald man dreimal das gleiche hat kriegt man extra leben oder je nachdem was man kriegt man auch mehr extra leben also na komm schon aber ich glaube du musst halt wirklich dreimal dasselbe kriegen sonst kriegst du halt kein extra leben das kriegst du halt gar nichts am ende aber ich habe jetzt dreimal extra leben wieder gar nicht so schlecht so jetzt speichere ich übrigens nochmal weil irgendwann müssen wir ja mal das spiel mal durchkriegen oder das ist das ist eigentlich der sinn dahinter finde ich noch extra leben ja ich bin vollkommen zufrieden mit na gibt es ja muss man mit dem arbeiten was das spiel ein zur fügung stellt vielleicht schenkt einem das spiel ja auch irgendwo mal extra leben und mal gucken aber ich glaube wir werden in dem part hier nicht äh ah ich hätte egal na verdammt genau so hätte ich machen wenn ich hier runter kommen können dann das wolltest du egal warte mal ich muss mit dem mit der flasche raus drinnen kann ich damit nichts anfangen wenn ich das richtig im kopf habe ich habe immerhin eine münze das ist schön dass man mit ebenso mit ihnen so ordentlich was weg weg liefen kann ja man muss auch mal mit dem arbeiten was das spiel zur verfügung stellt dann läuft nämlich auch ganz gut 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 Da muss ich dann kommen. Oh. Hallo, Bördu. Wow. Au. Wow. Bördu, du bist gemein. Hilfe. Oh. Hey, Bördu. Bördu, Bördu, Bördu. Na bitte. Ich hab dich doch, Bördu. So, warte mal. Das Herzchen nehme ich gerne gerne mal mit. So. Kein Boni. Na, ist egal. So, dann würde ich aber sagen, ich gehe hier in die dritte Welt, mache hier Pause, erstellen und sehen wir uns dann das nächste Mal. Tschaui. 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 Vielen Dank.